Hat jemand Lust auf Popcorn? Ja, ich hab Lust! Kriegst aber kein Popcorn! Oh, schade! Okay, Leute, dann schauen wir mal... Ich muss nicht dunkel nehmen, meine Nummer! Okay, ich hab eine 2! Okay, jetzt bin ich wieder dran, Leute! Also, was hab ich denn für ein Item? Okay, einen Turbopilz, den nehm ich doch gleich mal! Okay! Jetzt möchte ich eine 10 sehen! Oh, das war aber schlecht! Oh, ich hab ja gar keine Münzen! Okay, Leute! Ich bin aber schlecht im Lenken! Hui! Aber ich hab gewonnen! Was sagt ihr dazu? Geh nach vorne! Ja! Jetzt hast du einen Stern! Ja! Ja! Okay, Hammerbro! Zeig mal, was du kannst! Okay, Hammerbro! Zeig mal, was du kannst! Ja! Okay, jetzt zeig ich euch mal, wie man das macht! Okay, ich hab ne 5! Krieg ich München! Ja! So Leute, ich hol jetzt auf! Füll dich nicht auf! Ich will jetzt ne 10 haben! Eins! Mua! Hahaha! Das war ja wohl nix! Start! Ähm, Apfel, Zitrone, Ananas! Äh, wie viele Kugeln, Willis? Das hab ich doch gar nicht gesehen! Ich geh mal auf eins! Ich hab's nicht gesehen, Leute! ...düffel! Gar keiner! Unschüss! Ich bin auf mein Weg! Hahaha! okay hoffentlich stimmt die fünf naja ich gehe aber mal auf die sechs wir müssen uns verteilen ich glaube das war wohl nix das war nix jetzt hat der hammerbrow wieder geworden so ein böser hammerbrow mit dem normalen würfel ja dann kommst immerhin weiter weiter bald am stern so hammerbrow musste zahlen boah das macht er vielleicht kommt er jetzt zu dir und zum stern wenn der zum stern kommt nee nee der löst jetzt die kugel aus was sagst du dazu steht auch mein hammerbrow okay jetzt kann ich den ganzen weg noch mal machen danke hammerbrow okay ich habe eine sechs das ist gut okay leute jetzt will ich mal weiterkommen hier ich nehme jetzt mal den anderen würfel ne also gib mir meine sechs ja habe ich nicht gesagt naja das bringt nix ich gehe mal hier hoch und dann gehe ich mal hier lang nee das mache ich nicht okay leute jetzt mache ich euch alle fertig hammerbrow ist schon mal draußen man war luigi ich weiß dich gleich raus leg dich nicht mit mir an oh so und wir haben gewonnen hallo papa ja okay so und jetzt zeig was du kannst mach mal eine vier oder so mach mal eine vier oder so naja sechs ist auch gut ah ich bin hammerbrow ich habe eine fünf gemacht jetzt habe ich einen glückszahlenwürfel okay leute ich bin dran okay ich habe eine fünf jetzt müsste ich ja rankommen oh yeah ich habe einen stern jetzt bin ich gespannt naja pech gehabt jetzt bin ich gespannt okay jetzt wollen wir hier mal weitermachen hohe zahl okay eine vier nur drei wär mir aber lieber gewesen gib mir einen goldpilz oh yeah start start all right wooo 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 Hm, ich hatte recht. Das war der Vogel. Kleiner Fisch. Dicker Fisch. Und ein Blooper. Der ging aber lang. War das der dicke Fisch? Nee, ich denk dir. Ich hatte recht. Recht? Noch nur eine Runde. Seeschlange. Dicker Fisch. Und Torpedo. Das ist fast alle gleich. Seeschlange, oder? Vielleicht war es die Seeschlange. Oh, Hammerbro. Hammerbro hat es geschafft. Aber ich habe die meisten Punkte. Ha, ha, ha. Okay, jetzt bin erst mal ich dran, Leute. Okay, ich habe eine 2. Ich kann Münzen klauen. Machen wir mal Zufall. He, he, vom Bowser Junior. Danke. Danke. Hättest du das nicht vom Hammerbro nehmen können? Ich habe Zufall gemacht. Okay, jetzt wollen wir mal schauen, dass wir hier mal weiterkommen. Was habe ich denn für Items? Ja, das kann ich mal nehmen. Ja, das kann ich mal nehmen. Okay, und jetzt eine hohe Zahl. Ja, das sieht doch gut aus. Ich kann jetzt auch einen Stern klauen. Von Valuigi. Was soll das? Das ist die Strafe für's Münzen klauen. Leg dich nicht mit mir an. Danke, Papa. Mein Sohn verschone ich natürlich. Mal gucken, was hier drin ist. Ah, da kann ich auch nochmal klauen. Okay, Sohn, wir müssen ausweichen. Und Valuigi, pass auch auf. Bevor uns Hammerbro erwischt. Ja, ich pass schon auf. Na, ich bin ein bisschen schwerfällig. Aber bisher läuft's ja ganz gut. Oh Mann, Valuigi, kannst du nicht aufpassen. Hey! Okay, ich hab überlebt. Fertig? Ja! Abschlagen! Fertig? Yeah! Abschlagen! Hi! Was soll das? Ah! BAUSELING! Der ist nicht immer natürlich... Niediast! Kann jetzt doch mal schön wurfen! immer nur eine 1 ich bin hammerbro jetzt zeige ich euch nochmal wie das geht nein, mein papa kommt gleich das war jetzt irgendwie nichts jetzt habe ich die wieder verloren oh man seid ihr alle lahmarschig ich nehme jetzt meinen tollen würfel und würfel eine 7 mal schauen was es hier in dem laden so gibt eine goldröhre, yeah das war ja klar das war ja klar das wirst du büßen, dass du meinem sohn die münzen geklaut hast jetzt klau ich dir nämlich die goldröhre cool super papa das geschieht direkt eine 4 hier ich kann mir gleich nochmal eine goldröhre kaufen aber da muss ich neue münzen verdienen mhm was gibt es denn hier ich bekomme einen goldenen turbopilz den kann ich gut gebrauchen okay hammerbro dann müssen wir jetzt mal hier ein bisschen nach unten das geht automatisch das geht automatisch ja unsere unseres sieht doch gut aus wir haben gewonnen da war mir aber besser das glaubst auch nur du fertig ja also ich glaub das auch aufgepasst es sind nur noch 3 runden zu spielen da lohnt sich doch ein blick auf die aktuellen Platzierungen bauzer junior ist auf dem ersten Platz bauzer folgt auf Platz 2 Platz 3 gehört bei luigi und hammerbroder ist auf dem 4. Platz kurz vor dem ende ist noch gar nichts entschieden wer wird wohl gewinnen hören wir uns die meinung eines gastexperten an hier ist er darf ich um applaus bitten ich werde die pause gewinnen hallo leute ich bin's lakito hammerbroder wird gewinnen die wahrscheinlichkeit dafür liegt für mich bei 70% nein sagen wir 80% pause gewinnen so leute hierfür erhält hammerbroder folgende belohnung glückszahlwürfel hey dankeschön kotz kotz wir drehen uns dem Spielende es kommt aber noch besser auf blauen Feldern gibt es ab sofort 6 Münzen allerdings bedeutet das landen auf roten Feldern ab jetzt den Verlust von 6 Münzen also Vorsicht das kann die Partie entscheiden oh yeah hi 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 was ist los mehr Begeisterung bitte ha ha ich glaube es fehlt etwas Salz in der Suppe aber das lässt sich ändern he 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 bumm oh je Kamek hat die Brechfelder noch schlimmer gemacht so ein Riesenbrechfeld ist sehr gefährlich darauf sollte man auf keinen Fall landen Vog browser ob es dir gefällt oder nicht die letzten 3 Runden stehen an also gib jetzt alles r Points мясse Ja Okay, Leute Ich zeig's euch jetzt Ich hab ne 3 Da bekomme ich einen Verbündeten Cool Das ist der Maulwurf Hallo, Maulwurf! Wollen wir zusammen Fußball spielen? Na, du Erdnagel Okay, Leute, jetzt geht's ja weiter Ich hab ne 1 Ja, das kann ich besser, Waluigi Ich hab nämlich 2 Goldröhren Und ich hab ne 1 Na klar nehm ich den Nur her damit Oh nein, ein Pechfeld Autsch Mein armer Hintern Jetzt kommt der Stern wieder weg Hoffentlich nicht Ist hier was mit Stern? Ne, ist hier gar nix mit Stern Ich muss 10 Münzen abgeben Aber ich hab ja gar keine Nur eine Münze Für Hammerfrau Musst du noch üben? Welche Farbe hast du? Rot Und ich? Auch rot Also ne Traube und so'n Melonen-Ding Hierher Hierher, Sohn, zu mir Oh Mann, bist du lahmarschig Also da wo die 2 Bananen sind Kommt zu mir, Sohn Drücken Drücken Das müssen wir aufholen Wo sind die Erdbeeren? Hier Hier oben, Sohn Hier oben In der Ecke Ja, drücken Gut hast du das gemacht Du schimpfst mich immer Oh, wo geht's lang? Wo geht's lang? Ich seh's gar nicht Hier, hier, mein Sohn Kommt zu mir Eins runter, drücken Also was zu langsam Jetzt müssen wir alles geben Hier, äh Hier hin Hier hin, mein Sohn Ja Links, links Oh Du hast jetzt eine Woche Ausgeldverbot Sohn, geh nach unten Du kannst nur eine Goldröhre kaufen Nach unten Danke, Papa Aber das mit dem Hausarrest Das müssen wir noch auf die Sprechen Okay, jetzt bin ich wieder dran Oh, ich hab wieder eine Eins Warum bin ich so schlecht heute? Mua Okay, jetzt muss ich alles geben Ich hab aber keine Münzen Das machst du Aber ich hab hier noch einen einen Turbopilz Wo ist denn überhaupt der Stern? Ja, der wird schon irgendwo sein Da unten im Eck Ah, da ist er ja Geh nur zu, Papa Du schaffst es Ah Das ist gut Da bekomme ich einen Verbündeten Der offen Ja, wie hast du das gewusst Halt, Dittikung Hat jemand Lust auf Popcorn? Ja, ich hab Lust Kriegst aber kein Popcorn Oh, ein Schader Ende Ja, ich hab das meiste Popcorn Hab ich doch gesagt Oh, du hast ja auch eine Gold-Turale-Sohn Bloß keine Nullwürfeln Naja, du hast ja auch gar kein Nullerwürfel Aber es ist eigentlich egal Ein sehr guter Wurf, Sohn Geh nach links Da gibt's nochmal Verbündete Der hat mir jetzt auch Komm, wird mir Ja, aber Schadet doch nicht Affe Es ist Yoshi Yoshilai Mein Freund Hallo Yoshi Du kommst viel zu spät Sorry, ich hab den Bus verpasst Okay, Leute Ich krieg jetzt den Stern Ja Mein erster Stern Mein erster Stern Okay, jetzt muss ich alles geben Schaffst du nicht Aber ich hab ja keine Goldröhre Du schaffst es nicht Ja, ich hab ne 3 Kann ich noch ein paar Münzen einsacken Mein Peckfeld wär besser gewesen Wow Jetzt kommt's Ja, ich hab ne Goldröhre Bleib nicht stecken So dick bin ich nun auch wieder nicht Doch, Papa Nur klar nehm ich den Stern Gehört in meine Sammlung Oh nein, Peckfeld Wie ist das möglich Wie ist das möglich Autsch Das zwei gemacht Papa, du kannst wirklich nicht aufpassen Ich kann zweimal hier einen Stern verlieren Bitte nicht Oh, ich hab Glück gehabt Ich hab sowieso keine Münzen Ich hab Glück gehabt Ich hab mir mal das Spielzeug von Bowser Jr. ausgeliehen Mal gucken, wie das funktioniert Aber ist schon ganz lustig Oh mein Bro, das nehm ich dir weg Hier kriegt der hier gar nichts gebacken Nur weil Luigi Das nehm ich dir auch gleich weg An mir kommt keiner vorbei Komm zu mir Mann, seid ihr langsam Zehn zu fünf Jetzt hab ich's euch aber gezeigt Also Minispielbonus Bekomme ich den? Ja Oh yeah Keiner kann mich einholen Trödelbonus Ja, ich hab gewonnen Jetzt hab ich euch gezeigt, wie man das macht Ich bin vierter Der Waluppe ist am Ende Papa, das hast du gut gemacht Ja, vielen Dank mein Sohn Ja, vielen Dank mein Sohn Ich hab mir auch alle Mühe gegeben Hast du's mir wieder gezeigt? Ja, so macht man das richtig Also Leute, wir sind jetzt fertig Wenn's euch gefallen hat Wenn's euch gefallen hat Gebt doch einen Daumen nach oben Schreibt einen Kommentar Oder abonniert Abonniert Waluigi Weil das ist ja sein Kanal Ja, das will ich auch hoffen Okay Leute, dann verabschiede ich mich mal Bis zum nächsten Mal Was machen wir jetzt? Party Okay, Party Ja, Party Ja, Party Papa darf ich auch mitfeiern? Natürlich Kein Hausarrest Nein, das hab ich dir doch nur so gesagt Das hab ich doch nicht ernst gemeint Oh danke, Papa Oh danke, oh danke Du bist doch mein Lieblingssohn Du hast ja gar keinen anderen Ja, stimmt auch wieder Komm, wir gehen ein Eis essen Ich such mal den Eisverkäufer Ich weiß aber grad nicht, wo der ist Die Prinzessinnen haben alles aufgegessen Ist das der Eisverkäufer? Nee, das ist ein Doofpilz Nee, ich glaub nicht Ich glaub das Eis ist ausverkauft Komm, wir gehen einfach zu mir ins Schloss Da haben wir noch Eis im Eisfach Ich möchte ein Big Mac Okay, dann müssen wir zu McDonalds gehen Ich möchte auch mit Ja, ich auch Nein, ihr müsst hier bleiben Okay, das war's jetzt aber wirklich Okay, ciao Ciao